Okay. Ja, drei Leben. Der Verlierer muss die Chili essen, Digga. Oh mein Gott. Okay, ich hab nicht gelacht. Oh, ist da... Der Gotteshund, der steht einfach. Oh mein Gott. Ist so, der Gotteshund. Alles gut, Digga. Alles gut. Oh mein Gott, da war einfach eine Ratte drin. Eine Ratte. Alter. Warum macht er das, Digga? Warum macht man das einfach bei solchen Stühlen? Hä? Äh, ja. Press für Miau. Drücken für Miau. Oh mein Gott. Okay. Kaspar, hast du gerade gelacht? Okay. Ja. Ja. Okay. Das hilft dann noch nicht, Freunde. Also nicht gelachen. Geh rein, jetzt komm. Kaspar, du hast gelacht. Ich hab's genau gesehen, okay. Zwei Leben für Kaspar, Leute. Aha. Ich und Brooks haben noch drei Leben. Drei Leben. Drei Leben. Okay. Ja, okay. Hä? Drei Leben fürela. What? Halt. Keine Ahnung, was der geschoben hat. Hä? Die Tan... Oh! Nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Das ist grad so schwer, ne? Haltet euch fest, Leute. Oh mein Gott. Ja. Nein, 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 nein. Nein. Dann läuft er. Höh. Das ist nicht mal so gut, halt, ne? Ne, dann verleihen da rein. Und schon. Strike, Digga. Strike. Strike. Okay. Ja, Box. Ich hab das gesehen. Ne, ich hab das gesehen, Box, Digga. Hm. Zwei Leben habt ihr zwei noch, ne? Ja, okay. Ich hab nur drei Leben, Freunde. Ich hab nur nicht gelacht. Oh mein Gott, alles überflütet. Der Typ ist noch... Der driftet mit ner Matatratze. Matatze. Hast du was hast du? Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Es geh zu. das ist noch nicht los oh mein gott ja dann vollst du in der Welt was mohn es hängt einfach fest nur die ganze Melone oh tut mir leid Freund ich muss den Niesen tut mir leid ok ok oh mein Gott Jungs ihr seid zu knapp da gerade ne ok das hat das nicht funktioniert ne ey hab war da und äh Kasper ich hab's gesehen Kasper du bist es du bist es Kasper hallo hallo du lachst ja Leute ja 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 ok Kasper noch ein Leben Leute ne alter wir haben noch 3 Leben von dir ich hab nur nicht gedacht ok 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 yo ok es ist alles zu bringen argh nein 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 oh mein god oh oh mein god oh mein oh mein god nein warte das war die nahe hat kackt dahin und doch um mal die Euro sie werden okay das ist vorbei das was ein Leben wenn ich hab drei Leben und doch sagt 3 2 Kasper muss die Chili essen Kasper muss eine Zwilli essen wenn ihr nicht abonniert dann habt ihr sieben Jahre Pech dann habt ihr sieben Reiche Pech Leute wenn ihr nicht abonniert komm schon Kasper ja die haben richtig viel zu gut hieß ich weiß okay Hälfte auf Ehre mach ich Leute und das war das war Hallo hörst du mich noch Hallo Kasper ich höre dich nicht mehr vielleicht wenn ich die Kopfhörerraus tue ich höre ich nicht mehr Kasper Kasper Sinti Alter ja klar hab ich mich Na Kasper okay Leute ich würde sagen das was mir noch voll gewesen sein bin so wie fand es mein Like oder das war das kann nicht gehen aber ja ich würde sagen haut rein bis zum nächsten Mal Leute ciao 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 ciao